Hey Internet und YouTube, I'm the Games mit DaluCard. Hallo. Ich spring jetzt gleich runter. Oben hat jetzt kein Glück gebracht bis jetzt. Nicht, dass wir das schon mal gespielt hätten. Jetzt erste Runde heute. Ich bin sehr gespannt. Und unten. Und mal sehen. Ich hab drei Iron. Wow, what the hell. Noch keine Kiste in Sichtweite. Wunderbar, wunderbar. Komm, noch ein Dia und ich hab'n Dia-Schwert. Jawohl, vier Dia's. What? Du kannst mir auch ein Schwert machen. Wir werden uns nur nie sehen. So, frag mich bitte was Leichteres. Ich bin Richtung Norden aufgebrochen. Da sollst du noch Diamanten gehen. Okay, wenn ich jetzt nicht bald... ...hack ich mein Holz. Ja, komm schon. Du hast von mir teleportiert. Super, danke. Ah. 30 Sekunden. Okay, ich hab schon mal... ...schon mal. Auf jeden Fall ein Eisenschwert. Okay, ein Dia-Schwert. Oh, es hängt! Nein! Was, was, was? Das Spiel hat gehangen kurz. Ja, das, was passiert manchmal. Nein, jetzt steht der Typ neben mir. Doch, du brauchst noch ein bisschen Zeit. Ich kann die Kiste... Ne, ich kann nix machen. Ah, ne. Warte, bleib, bleib, bleib. Ne, er hat ein Schwert. Ich hab nix gemacht. Ich kann dir nix machen. Oh Gott, dann musst du mir jetzt helfen, Quantum. Ne, ich bin tot. Du musst mir trotzdem jetzt helfen. Biss mal jetzt. Ich glaube, ich kann's nämlich schaffen. Echt bekloppt jetzt. Ja, den Leck hatte ich ja in der Runde, die wir davor nicht gespielt haben, auch schon. Ich kann dir das gleich nicht aufheben. Jetzt. Komm schon, wo will er hin? Wo will er denn jetzt? Jetzt ist der andere hinter mir her mit dem Diamantschwert. Super. Du lebst noch? Ich laufe nur im Kreis weg hier. Jetzt bin ich tot. Das war... Kacke. Oh, ich bin richtig im Rennen, Quantum. Also. Der Alvin. Oh Gott. Nette Idee. Was zum Henker? Ah, ganz oben. Ja, der wollte mich da hinbauen. Dann können wir auch arbeiten. Diahelm. Eine schöne Übersicht hast du ja wenigstens. Ja, finde ich, finde ich auch. Ist ganz schick gemacht. Hat sich echt ins Zeug gelegt. Hast du eine komplette Eisenrüstung hier, oder was? Komplett Eisen und ein Diahelm. Oh, wow. Wie hast du das gecheatet? Ach, das lag da so rum und das eine führte zum anderen. Ich weiß gar nicht, was ich noch mitnehmen soll. Ich hab ja jetzt alles eigentlich. Jetzt muss ich ja nur noch Dias haben. Ja, Diamantrüstung wäre halt schon ein bisschen besser. Jetzt muss ich aber erstmal warten, bis ich hier wieder wegkomme. Sind die da unten nicht? Da unten ist doch einer. Ja, rentner. Einsam. Und der, der du getauscht hast. Ne, der hat... Ah, ich vergesse auch immer drauf. Den Wasserkübel vorher ausgeschüttet, wie er runtergefallen ist. Wie, inwiefern? Ja, direkt einfach Wasser abkippt. Ja, bevor er angekommen ist am Boden, hat er den Wassereimer ausgeschüttet und ist eben auf dem Wasser gelandet. Oh. Wasser in die Leiste ziehen. So. Ja, genau. Okay, ich habe Fleisch, ich habe eine Rüstung, ich habe ein Dias-Schwert. Theoretisch bin ich im Rennen. Inwiefern ist die Sache geritzt jetzt? Jetzt muss ich nur noch mehr Dias finden. Also wenn du jetzt... Ja. Wenn du jetzt verlierst, dann bist du voll der Noob, gell? Ich und Verlierende, du hast ja meine Runde gesehen. Ich weiß nicht, was du meinst, das ist schon so lange her. Ich bin aber so eingeschüchtert. So, wo seid ihr denn hin gerannt? Das muss ja hier gewesen sein. Kommt, was soll mir... Oh Gott. Was ist da passiert? Pfeile. Hier sind Pfeile runtergefahren. Oh, jetzt dauert es wieder. Da sind ja nur noch vier Spieler. Nee, nee. Doch, doch. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Was sind die anderen? Wie sind die anderen ausgerüstet? Eisenrüstung, okay. Auch und Diamantschuhe. Also der? Eine Lederrüstung, okay. Der ist kein Thema. Der Arme. In den Lederbuchsen hat er noch an. Der andere ist... Der nähert sich. Da betteln sich welche. Mann, die Team? Wer, wo? Nee, ich sehe kein Team hier. Auf den Räumen sind zwei Leute. Nee, nee, die betteln. Also der eine mit der Lederrüstung, er versucht's. Die hauen auch beide einfach ab. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Wo ist Lederrüstung? Ach, hier sitzt er noch. Na komm. Ach, na komm. Nicht sein Ernst. Hast du das gesehen? Was? Hast du das gesehen? Nee, nee, nee. Ich hab nix gesehen. Ich hab jetzt ehrlich nicht gesehen. Ja, das ist mal den Mist loswerden, den die Leute hatten. Ja, was hat der Dominik? Die gleiche Ausrüstung wie du. Ja. Aber ich hab hier noch irgendwo Dias gefunden. Da, vier Diamanten. So. Da gehen sich Schuhchen aus, wenn ich muss. Richtig. Jetzt wurde ich weggeportet. Ach, du hast ja die Mantelm auch, oder? Ja. Ah, okay. Gut, gut, gut. Jetzt bin ich auf der Suche nach ner Workbench. Ich mein letztes Holz grad verloren hab. Ja, der hat komplettes Eisending und Diamantschwert, okay? Pur besser. Dann hab ich noch ne Chance, sagst du? Ja. Und du halt linke Maustaste klicken. Deal. Okay, zack. Hat er irgendein Diaschwert, was verzaubert war? Nein. Ich hab fünf Diaschwerter. Ja, gut. Kannst du eins reparieren, wenigstens. Was ist beschädigt? Die Richtung noch. Wie viel sind sie noch? Zwei. Einer ist nur noch, ja. Oh, ja, ja. Sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus, dann. Kommt der auf mich zu, oder haut der ab? Hm, ich seh ihn mal da. Ne, der ist hier am... Der steht hier. Achso, jetzt bewegt er sich. Der macht ein bisschen was, ja. Ist der grad teleportiert worden? Ja. Ja, wir haben grad die Plätze getauscht. Aber... Er kommt auf mich zu, oder er bleibt stehen. Ich weiß es nicht. Er bleibt... Wo ist er denn? Das laggt so gerade wieder. Ne, jetzt haut er von mir ab. Ich weiß nicht, was er macht. Ich hab keine Ahnung, was er... Oh, jetzt hat er dich gesehen. Okay. Oh, ist das nervig. Was für ein Leck. Leck? Braveheart. Jetzt. Aha. Hä? Hä? Was ist da los? Das ist zum Henker wieder her. Der Klassiker. Der Klassiker. Das ist eine Kacke. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ender Games. Ender Games. Hat sehr viel Spaß gemacht, Quantum. Lass mich doch in Ruhe. Ja, beim nächsten Mal dann. Ja, wurde verfolgt. Und ich hatte ein Leck. Und der Monitor war plötzlich aus. Ja, das hab ich auch gehört. Hab ich auch gehört. Ah.